Ja, hallo zusammen! Herzlich willkommen zu einem kleinen Rundgang durch den Wildpark in Feldkirch in Österreich. Hier ein kleiner, grenzüberschreitender Tagesausflug heute. Wir sind angereist mit dem Auto und werden jetzt hier diesen drei Kilometer Rundweg im Wildpark durchlaufen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Ja, das war also der Rundgang durch den Wildpark hier in Felsen. Musik 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 Ja, das war also der Rundgang durch den Wildpark hier in Felsen. Musik Also die Stadt Feldkirch im Bundesland Vorarlberg in Österreich im Hintergrund. Der Ort Feldkirch kann man auch mit einem Tagesausflug hier in Feldkirch verbinden, der Wildpark ist gratis, wird finanziert von gewissen Patenschaften, und der Stadt Feldkirch. Wir sind so alle zwei Jahre hier, das letzte Mal 2018. 2018. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.